hallo und willkommen zurück auf dem kanal euer wiki ist wieder für euch am start im ls 25 in unserem ersten mega farm projekt oder us projekt also us projekt ja und ich glaube ich würde gern mal so eine richtig riesige farm bauen habe ich mir vorher noch entschieden so ich habe gestern noch voll gemäht habe auch noch ein bisschen hin und her gestellt also grafik technischen paar sachen ausprobiert war manchmal ein bisschen verwirrt und wir brauchen ja noch gerät und zwar einen bender da bin ich noch am überlegen eigentlich ist mir tatsächlich der krone der zu klein und der zu groß aber wir werden ihn trotzdem mal kaufen den krone und ich sage wie immer vielen lieben dank an euch alle danke für alle likes und alle kommentare und das ganze vielen lieben dank und natürlich brauchen wir auch noch einen schwader ich finde die dinger ja schon cool ja weiß ich jetzt nicht den mit fünf meter von kuhn oder doch gleich den seit wir so standard also da ist tatsächlich nichts neues mit ins spiel gekommen oder irre ich mich nähe ich weiß auch nicht ob bei giants manche lizenzen ausgelaufen sind oder so aber naja macht ja so schlimm wird wir machen den dann auch direkt und wir brauchen ja noch ladewagen und da ist leider die auswahl nicht groß aber wir werden den pettinger nehmen reitreifen seliermittel tank würde ich glaube ich gleich dazu nehmen so dann haben wir das auch seliermittel brauchen wir zwar nicht aber weil sie brauchen es gab es gab das letzte mal mehr walzen komisch gut dann ab zum händler ich bin noch am überlegen tatsächlich hier runter an die andere richtung nach egal bin noch am überlegen tatsächlich wie wir es machen ich glaube eigentlich wie im von zero to hero dachte ich mir jetzt das muss so machen dass wir so ein bisschen zusammenfassend aufnehmen ja schon schön aus ich glaube wir müssen uns da lang und dann irgendwann unter naja genau die nächste recht nicht da die übernächste rechts genau da an dem handel vorbei da kommen auch los da runter jetzt lauter bienchen ist ja auch schick hier aber kaufen kann man das glaube ich auch nicht ja hätte ich nicht lang fahren müssen naja egal das waren hier noch keine autos ach nee wir sind auf der anderen seite rüber so schnell auf die fähre gut wir sehen uns gleich beim herr wir sehen uns gleich so da ist das gute stück sieht echt schick aus der krone also muss ich schon zugeben macht sich gut an dem schon hier auch mit dem gewicht ich würde sagen damit kommt man klar ich finde es so schön wie man jetzt halt sieht wie die sonne auf dingen spiegelt und reflektiert so wie auch da an dem john deere schon schön und man hat den nebel gerade aber hier seht ihr auch den nebel noch es hat sich schon viel getan muss man schon zugeben kann man nicht leugnen auch wenn viele wieder sagen es hat sich doch gar nicht wirklich was verändert ja oder halt auch doch es gibt so ein zwei stellen wobei mir die frames im keller gehen das geht mir echt das so sachen gehen wir auf und keks aber das ist ja nicht so will da rum und hier rüber sehr auch schön ich mag die gras texture und die sind halt auch echt schick und wir blinken natürlich noch und jetzt könnten wir wieder sagen au so vielleicht nicht unbedingt das gewicht nein ich will nicht den helfer gewicht danke meine arbeit geh weg ja doch sieht schick aus finde ich kann man sich angucken aber ich mag es einfach halt wie man auch sieht wie sich der boden verändert das einzige was ich bis hier merkwürdig finde ist dass die sicht die texturen irgendwie beim mähen war ja irgendwie noch alles viel dunkler es war mir jetzt tatsächlich noch ein stück zu hoch aber was weiß ich schon aber da sieht man auch dass das ist das nicht mit nimmt die feldränder das ist okay das finde ich cool weil das was ich ja da gemäht habe war ja aus versehen aber was heißt aus versehen ich habe es eigentlich mit absicht mit gemäht da noch die wiese also vom wegesrand ne mir gefällt es ich bin zufrieden bin tatsächlich auf das erste geflügte feld gespannt wie sich da dann der boden und alles verhält da freue ich mich wirklich schon richtig drauf ich würde das jetzt zwar schwaden aber ich gehe schwer davon aus wir werden das wahrscheinlich wenden wir gehen aber oder ich gehe davon aus ich werde es wahrscheinlich aber nicht richtig schwaden können so nehmen wir das doch auch gleich mit aber ich würde es jetzt auch irgendwie schon freuen ich glaube du musst halt einfach immer die nächste bahn kurz rüber lenken oder in die wo du halt willst und dann geht das schon also dann außer so halt nee aber sieht schon gut aus das spiel kann man nichts sagen also ich zumindest mal nicht ich werde jetzt die tage also alles was in richtung wochenende geht dann mal noch lenken gerade und alles wieder aufbauen auf dem platz auf dem platz ja auf meinem platz also auf dem schreibtisch noch ein bisschen hin und her basteln also ich wieder mal platz habe dann kann ich auch wieder mit lenkrad und schifter spielen und wenn ich noch ganz viel platz habe noch die seiten konsole das blöde ist halt immer das auf und abbauen so ich werde es mal noch ein bisschen weiter wenden und dann sehen wir uns gleich wieder so am feld wieder angekommen sind wir auch schon so wenn wir jetzt ah kein feld in der vorschau ok heißt ich muss das mal noch da runter tun da anschalten und dann würde ich behaupten sind wir zählt das jetzt oder h gedrückt halten genau auf vorgewände hätte ich du kannst nicht auf 1 vor allem will ich nicht den helfer ah ich wollte doch grad sagen ah ok das kann man auch noch ändern die bearbeitungsrichtung das ist ja cool das finde ich cool also das einzige was ich sagen muss irgendwie sieht das dieses mal in den spiegeln komisch aus oder ach wir nehmen gleich die ganze bahn aber mir macht es laune und das ist das wichtigste für mich ich hoffe euch nachts natürlich auch spaß und ich hoffe ihr seid natürlich auch schon ins vergnügen gekommen und könnt den ls spielen also ihr könnt leider erst am wochenende spielen dann tut es mir leid für euch aber ist nicht mehr lang heute ist auch schon mittwoch ne für alle die die den ls noch nicht haben oder sich überlegen zu kaufen können auch gern bei giants mein partner code nutzen liegen diese in der video beschreibung genauso wie der link zum discord und auch zu twitch wo wir wahrscheinlich die nächsten paar tage auch noch ein paar mal live sein werden und wieder in zukunft dann auch vermehrt ich musste ja wieder so an seiner balance arbeiten dass ich so wie so eine allgemeine regelmäßigkeit rein krieg das sieht schon gut aus ach grad das irgendwie aus dem traktor das alles vom licht krass wegen der wiese genau wer mir noch überlegt ob wir die wiese kaufen sollen ich habe da noch einen anderen plan genau das wollte ich euch noch sagen schrägstrich zeigen es gibt ein auftrag für die wiese weil im neuen ls hast du jetzt ja die möglichkeit du musst nicht immer wenn du automatisch ein auftrag von die wiese annimmst pressen oder sonst irgendwas musst du nicht das ist ja das schöne aber ich mag das wie das alles wackelt ich habe irgendwie ein bisschen die vermutung ich denke mal das wird noch gepächt das sieht nicht so ein bisschen aus als ob das in den spiegel noch nicht richtig gerendert wird muss ich mal nachhaken ein paar sachen rumprobieren wie man sehen will sehr schön ja also wie gesagt ideen habe ich viel für den ls wir haben auch schon ein paar sachen im gespräch was wir machen also auch sowohl stream wie youtube was da so geplant ist auch multiplayer mäßig wird viel passieren hoffe ich zumindest mal ganz schwer ach das ist wegen den schatten deswegen ändert das manchmal so nach ok habe verstanden genau das wollte ich euch noch zeigen aufträge wo sind sie denn da wir haben erstens paar ernte aufträge ich denke mal da könnten wir uns auch demnächst mal beschäftigen weil wir haben ja also wir haben ja auch sachen zum ernten aber trotzdem ich finde es cool dass du jetzt echt hack aufträge hast so waren das mähen hier die wiese wir könnten die miese die miese die wiese mähen und kriegen dafür noch 2000 euro ich glaube das machen wir auch tatsächlich aber noch acht stunden 20 zeit den nehmen dann einfach auch gleich an und dann passt das ja würde ich doch mal sagen und dann werde ich mir gedanken machen wo ich die schafe hinstellen will und dann machen wir dann holen wir uns noch einen anhänger und kaufen uns ein paar schäfchen und dann wird das schick da sieht schon schön aus mit dem nebel und so also ich finde es ist gelungen muss ich schon sagen auch mit dem fluss jetzt sieht echt schick aus bevor es irgendjemand in die kommentare schreibt nein ich werde von giants in der hinsicht nicht zahlt ich freue mich einfach nur wirklich drüber ich finde es wirklich schön es gibt noch ein zwei sachen wo ich sagen muss das würde mich freuen wenn es performance technisch gepatcht werden würde damit wäre ich überglücklich aber sonst das ding für mich bis jetzt mindestens eine 9 von 10 wie gesagt performance technisch fände ich ein zwei sachen noch ein bisschen cool weil ich muss halt ehrlich zugeben und das wisst ihr ja wenn ich was blöd finden sage ich es auch ich habe 16 gigabyte grafikkarte der ls braucht 7,4 klar ich bin jetzt auch noch im aufnehmen ich spiele auf 2k und so weiter aber da habe ich bei manchen aber da habe ich bei manchen triple a titeln weniger grafikkartenauslastung wie hier im ls und ja ich weiß liegt mit an den grünen tönen und so weiter ich weiß ich weiß deswegen ist ja auch nicht so schlimm für mich so dann würde ich tatsächlich sagen sehen wir uns in der nächsten folge wieder zum gemeinsamen gras sammeln ich denke ich werde es noch ein hofbau video aufnehmen und würde es mich freuen wenn ihr natürlich liked abonniert kommentiert fühlt euch frei kritik bin ich immer offen für solange es konstruktiv ist und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder ich sage vielen lieben dank für alles und euer wiki sagt tschüssi kauf tschüssi kauf